Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Scarium Anniversary Edition Rollerplay Let's Play. Wir sind in Goldhügel angekommen, einer Plantage, die neu ins Spiel reingekommen ist durch die Creator Updates. Das sind sozusagen Wads, wo man eigentlich bezahlen muss und durch die Anniversary Edition sind wir jetzt schon mit ein paar bestückt worden, die ich niemals wahrscheinlich bezahlen würde, weil es einfach ja nicht so gehört, dass Entwickler da einfach Geld verlangen für Sachen, die sonst ja eigentlich auch kostenlos sind in anderen Spielen. Ja, damit unterstütze ich zwar die Entwickler, die Mod-Entwickler nicht, aber die bekommen ja sowieso von Patreon und so wahrscheinlich genügend Geld über, wenn sie wirklich auch etwas Gutes machen. So, wir könnten also jetzt hier etwas anpflanzen und so, also wirklich auch auf einer Farm leben, muss ich nur wissen. Wir sind jetzt unten, okay. Ich dachte wir wären im Keller, aber sah einfach so aus, weil es keine Fenster gab. Oder? Hm, hab ich sie nicht gesehen. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, also. Und ja, ich freute es, dass ich endlich auch wieder ein bisschen gesunder bin. Nicht mehr so Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen habe. Ja, also. Der Schwierigkeitsgrad ist aber noch ein bisschen hoch. Müssen wir schauen. Auch noch ein bisschen wenig schaden. Derissene Seite, das haben wir, glaube ich, gelesen. Okay, nicht. Okay, ich fühle mich seltsam. Warm und kann zugleich. Meine Hand zittert. Ich kann kaum schreiben. Ist so schwindelig. Ich glaube, ich wurde vergiftet. Sie hat es also geschafft. Okay, schade. Ja, nicht. Wenn wir das mal ein bisschen auf die Seite zählen. Wie das ging. Ähm. Ja, ich will nur aufnehmen. Das geht irgendwie nicht. Hm. Inkommen auf die Seite hin. Okay. Noch ein bisschen auf die Seite legen. Zum Beispiel zu dem Wagen hin. Bisschen. Ach. Könnte ein bisschen schneller gehen. Genau. So. Wird er irgendwann mal hier verbilden. Und dieses Teil hier. Das nehmen wir einfach mit. Derissene Seite. Heiß. Dings. Egal. Okay. Ähm. Direkt. Bücher. Derissene Seite. Ähm. Okay. Questobjekt. Ein Questobjekt. Das können wir nicht. Okay. Können wir das irgendwo hin einlegen. Egal. Ein Tisch nicht. Egal keinen Tisch zum aufnehmen. Haben wir irgendwelche Monster. irgendwie ein behälter hier gut wir schauen einfach mal aufs welt bis eine seite finden wir sicher noch so mehr hinstellen können ja ein fruchtbar was können wir denn an pflanzen was wäre eigentlich cool weizen tanzen war erfolge weizen ist sehr wichtig dann auch diese mora topenella und die anderen pizze also machen wir hier alles mit heilen eigentlich nur ein sonst nur erfolge ich ja toll habt ihr schön gemacht aber ja ich habe jetzt doch an ok ist es wieder da gut ja es ist schwer was man denkt weil ich will nur eine pflanzen und nicht alle auswählen pflanzen erfolgreich immer eins auswählen erfolgreich ja es ist ein bisschen schwer zum auswählen auch so ist hat es kein nicht optimiert in der störung ja ich weiß nicht ob ich das alles mod oder entfernen könnte aber dann mit meinem mod ich habe jetzt einfach mal gedacht wir machen auch eine welt zuerst wo ihr einfach ein haus bauen könnt wie bei herfire das mögen ja viele einfach ein bisschen abkopieren oder so und dann ein dorf in der nähe zu haben wo die dorfbewohner viel mehr reden dann auch ja irgendein problem oder so haben eine quest haben und so weiter ja einfach mit wenig beginnen und mit viel aufhören wenn wir überhaupt aufhören ok hier haben wir auch schon also jetzt sind hier die ja haipflanzen machen wir doch hier einfach mit magica weiter blutende krone haben wir noch nicht ausprobiert blutende krone haben wir noch mal zutaten nur magica wieder herstellen so läuft auch ein bisschen besser hier weil es nur zwei so ja jetzt haben wir natürlich das problem wieder so dass er nicht angeordnet ist das spiel manchmal echt ein bisschen doof dumm gemacht aber gut dafür ist es eben sehr gut der magiker wieder herstellen so die ganzen erfolge ich glaube dass man es nicht irgendwie abkürzen kann ja vor allem wenn es gewachsen ist dass man es eventuell dann direkt ersetzen kannst und ein ganz ernten muss das wäre auch nicht schlecht ja klicken muss ja es ist echt doof gemacht dass es eher für konsolen ist das spiel also die stellung einfach im pz wenn man echt zu kompliziert ist zu controller lastig äh ja daran hat es eigentlich immer schon gelegen dass ich nicht unbedingt modden würde weil ich war morrowind aus lsk 3 der vorvorgänger ziemlich oft habe ich gerne gemoddet es war relativ leicht ich weiß nicht wieso das construction kit so schwer wie ist naja das lsk 3 construction set das war sehr einfach also es war einfach alles in menüs und so man muss da viele configs ändern und so sachen aber es war eigentlich irgendwie einfacher so und weil ich noch ein bisschen lust habe irgendwas noch zu haben dann wir mal magiker schaden ist aber nicht so gut wenn wir hier auch heilt denke dauerhafte magiker schauen äh das müssen wir dann nochmal ausprobieren also nehmen wir die einfach mal na hier könnten wir eigentlich ein bisschen essen oder so anpflanzen aber schau das ist es machen wir das noch nicht wir lassen jetzt einfach mal die zwei weil sonst ähm seid ihr auch gelangweilt oder das will ich jetzt auch nicht unbedingt ja gut also die riesen lassen wir dann auch mal die zwei gehen wir mal in ruhe und nur die weltkarte ich will nach rohrigstadt und rohrigstadt könnte irgendwo hier sein man sieht es leider nicht vielleicht irgendwo hier aber man sieht es nicht ok dann gehen wir einfach mal hier ein bisschen nach rechts und schauen weiter und hier haben wir auch noch mal ein Feld hier könnte man vielleicht das essen hin machen oder umgekehrt aber nein es ist nicht so nötig und ich freue mich dass ich wenigstens auch alchemie hier anpflanzen kann ey das ist eben ein bisschen blöd sonst haben wir immer zu wenig sachen ja und hier haben wir einen weg und wow ist das geil die wirklich schön auch aber hinter selbst nicht so schön ist ja schlendern wir gemütlich hier mal ein bisschen weiter ja wir haben noch ein bisschen weizen das tut gut bei chemie und ja bald müssen vielleicht nicht mehr so viel alchemie machen sondern durch gucken wir einfach mal so das sollte eigentlich rohrigstadt sein ähm ähm ich bin noch ein bisschen informiert das sein könnte aber es muss ja im weislauf im reich weislauf sein gut da ist jemand guten tag zusammen guten tag ähm recht safe sehen wir mal doch mit diesem gut angezogenen Mann äh wenn ihr geschäftlich in rohrigstadt unterwegs seid solltet ihr mit joan sprechen okay aber ich möchte gerne mit rohrig und rohrig sprechen ich will ja nicht unhöflich sein aber joan kümmert sich um die Leute ich habe meinen Charme schon vor Jahren verloren okay habt ihr im großen Krieg gekämpft Aye, that I did I commanded a force of several dozen men most of them levies from villages in this part of the hold ich hätte in diesem Krieg fast mein Leben ausgehaucht ein Altmeri-Soldat hat mich mit seinem Schwert durchbohrt und mich zum sterben liegen lassen ein Heiler namens joan hat mir das Leben gerettet seit diesem Tag ist er mein engster Freund glaubt mir dieser Mann vollbringt wahre Wunder okay nice also dann hast du das wirklich ja Glück gehabt im Unglück hm ja ist aber schön zu sehen dass du gerettet wurdest wurde die Stadt rohrigstadt nach euch benannt so ist es seht euch nur um mir gehören die meisten der Ländereien die ihr hier seht den größten Teil davon habe ich erworben als meine Kameraden dem Kaiserreich im Süden im Kampf gegen den Altmeri-Bund halfen damals wollte hier absolut nichts wachsen das Land war wertlos heute blühen unsere Höfe dank harter Arbeit und dem Segen der Götter okay das ist nicht so fruchtbar hier oben hat der Krieg von hoffen je länger dieser Krieg sich hinzieht desto schlimmer wird es für uns alle okay ja also gut ich mach noch ein bisschen die Stimmleiser ist scheinbar doch ein bisschen gleich wie bei mir also es ist schon gut wenn es gleich wie bei mir ist aber ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Hörschaden bekommen wenn ich äh ja die höre sondern ja was auch im Video jetzt auch nicht gerade so extrem laut sein muss äh ja kann es schon sein dass ich Hörschaden bekomme und dann gar nicht mehr weiss wie entstehen ich muss ihm gleich schnischen oh wie cool wie cool wie cool die Hilde hallo Hilde ja grüezi die antwortet sogar cool Salz sehr gut wir flünden einfach kurz den Baumhof das Feld wie ist doch klar wie ist doch klar hallo oh nicht so grob schaun ey seid ihr ein Mitglied der Akademie oder habt ihr diese Roben bloß einem echten Zauberer gestohlen wir haben es uns selber gestohlen wo verkauft ihr eure Arte euren Ernteüberschuss vor allem in Weislauf Ennis kümmert sich um die geschäftlichen Angelegenheiten aber ich weiß dass er ein paar Käufer hat die uns einen fairen Preis bezahlen Ennis ist stolz auf sein gewieftes Geschäftsgebaren ich dagegen bin bei meinem Vieh und auf meinen Feldern viel glücklicher als wenn ich unter Leuten wäre ja genau ja wieso nicht äh Bauernhof läuft sehr gut ihr müsst sehr stolz sein höre ich da etwa einen Hauch von Neid ich könnte es euch nicht verdenken welche Berufung könnte edler sein als diese ich sehe euch an dass ihr das für einen Scherz haltet ich versichere euch ich bin stolz auf die Arbeit die wir hier leisten und das zu Recht den Boden mit den Händen zu bearbeiten zu sehen wie die gepflanzten Samen Wurzeln treiben und wachsen eine Herde zu hüten es liegt eine Freude in ehrlicher Arbeit die ihr anderswo nicht finden werdet okay es ist jetzt ein bisschen cremig also ich hab's eigentlich wir sind ja auch Bauer ein bisschen da drüben nicht so cremig hey hallo buchteln sie nicht mit deiner Hacke rum ok also ein lauter Setzer hallo ihr seid aus der Stadt gekommen? ja ab und zu besuche ich Weißlauf hauptsächlich um Geschäfte zu machen ja du bist also der Händler der die Sachen verkauft hallo hm kann ich eine UC kaufen? natürlich was? eigentlich hab ich nicht genug Gold nicht mein Problem ja aber wieviel denn? sag doch wenigstens wieviel ahhhh hm wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen hey da ich will dich haben ich will dich auf den Bauernhof bringen so eine Mühle ist natürlich auch cool ihr braucht etwas? ne aber ich möchte eigentlich nur Alchemie machen nicht mühlen ähm wir brauchen eigentlich nichts so was ist denn das für ein Haus? Uweidenhof ja das ist der Bauernhof ok haben wir zwei Kinder hm hallo zusammen die Brite ok schauen wir nachher Rorik war das genau dann haben wir hier noch eine Wache und alles klar so darf ich kurz was was denn? ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun es ist schon lange her dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind ok scheinbar gibt es nicht viele Diebe hm haben wir hier noch Tundra Baumwolle ist Roriks anwesen ok da wohnt er hm zum Bett falls wir was dabei wollen das machen wir bald wieder wenn wir ein bisschen Geld verdient haben kein Problem aber jetzt gerade nicht wir sind auch immer wieder am sehr viel Schaden bekommen das wollte ich auch ein bisschen vermeiden ja gut es ist noch ein bisschen zu früh das Spiel ist noch ein bisschen unbalanciert weil wir noch nicht weit sind weil wir auch die Items noch nicht haben verzaubert noch nicht haben und so ein bisschen schwer guten äh Tag ähm 3.18 Uhr wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht könnt ihr bei mir beides bekommen das ist ein Grau von irgendwie gleich von Weißlauf es heißt es gebe in Rifthorn jemanden der Gesichter verändern kann so dass man ganz anders aussieht könnt ihr das glauben ja hab ich schon mal gehört Getränke für die Durstigen Speisen für die Hungrigen glaub nicht dass die lügen oder? hm hm ich möchte irgendwie etwas verkaufen aber es ist aber nichts wert ja die Sachen die etwas wert sind haben wir nur ein oder zwei mal hm hier haben wir aber noch einen ah ja das ist auch ja momentan Geld verdienen bei ihm ja geht nicht so schauen wir mal was er denn hat was Schnutfisch ok einen Schnutfisch boah ist der teuer ok weniger Ausdauerregeneration oder das ja und ein Salz wow bist du bis zum nächsten mal ja tschüss du ein armer Schlucke geht so aber ich tue nur ähm glauben wenn es wirklich auch safe genug ist nicht dass ich dann wieder alles verliere weil so ein Neuladen oder so wegen Clown werde ich wahrscheinlich wegen Grundspiel nicht machen also diese Meditationssache vom letzten Part muss ich auch ein bisschen verringern also es ist ja extremst gewesen ja und gleich noch ein bisschen blauen Skillen und nichts umsonst ha schau ein Quilchuber kann ich mal kurz hier auch etwas leer ähm ja sorry es gibt nicht viel in diesem Dörfchen so an mannett wenn ihr daran denkt euch als Bauer niederzulassen seid ihr hier am richtigen Ort eure Bauernhöfe verloren trotz des rauen Klimas was ist euer Geheimnis Geheimnis? wieso glaubt ihr dass dahinter ein Geheimnis steckt? hier gibt es keine Geheimnisse mein neugieriger Freund unser Wohlstand ist das Ergebnis harter Arbeit Glück und dem Segen der Götter habt ihr eigentlich hier keinen Baden? ok ich dachte er werde Baden wie schützt ihr euch vor den Drachen? wie könnten wir? wir sind eine Gemeinschaft von Bauern keine Kämpfer wenn der Krieg nicht wäre hätten wir im Fürstentum genug Wachen um die Siedlungen zu schützen dass die Drachen ausgerechnet jetzt zurückkehren ist äußerst bedauerlich wieso lässt sich ein Bretone wie ihr in Rorikstadt nieder? habt ihr Rorik schon kennengelernt? er besitzt dieses Land und ist der Namenspater unseres Dorfes wir sind schon seit vielen Jahren befreundet Rorik hat während des großen Krieges für das Kaiserreich gekämpft er wurde schwer verwundet und wurde darum zu mir gebracht damals war ich ein Heiler wisst ihr? wir standen uns so nahe wie Brüder und als Rorik nach Hause zurückkehrte ging ich mit ihm ich bin froh dass ich meinen Lebensabend hier mit meinem guten Freund verbringen kann das ist schön zu hören lebt wohl gut ja gehen wir wieder raus wir haben jetzt hier gerade nichts zu ja machen sonst ja gut gehen wir mal hier links irgendwo durch ich möchte einfach jetzt noch ein bisschen hier erkunden die Gegend aber irgendwie ja braue ich mich noch nicht so ich will ja auch nicht wieder einen Zäbelzahntiger treffen die sind halt hier beheimatet ich wollte eigentlich mal noch kurz zu den Riesen schauen einfach dass sie nicht angreifen aber ähm ich soll es dann mal so richtig speichern aber jetzt haben wir schon ja wieder etwas gemacht also hier haben wir Moro Tabinella das ging schnell so gut haben wir den gerettet das war wahrscheinlich wieder Mike 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 wo bist du? Mike bist du es? es ist wieder Mike Hanno ich wusste es ich hab dich schon mal im Morgen gesehen vor paar hunderttausend Jahren einfach hundert Jahre Mike ist jetzt müde geht jemand anderem auf die Nerven ja ja und den Syrodil habe ich dich auch schon gesehen ich weiss es Maik hat genug geredet Wieso denn? Maik hat genug geredet ich will aber noch mit dir reden du musst dich nicht wiederholen ich kann alles kapieren kapische? ja Hallo Maik hat genug geredet kann ich auch mit dir reden was mit E kann ich dich wieder zurückreden ok geht's dir wieder gut nur nicht sterben gell so das war plötzlich gut haben wir gespeichert ei ei wenn wir ihn töten als wenn er gestorben wäre oi 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 ich würde es niemals verzeihen dann würde ich ausrasten dann würde ich Amoklauf machen haha auf alle Wölfe Amoklauf so wo war denn das mit den Riesen da unten irgendwo kommt mir immer so vor als würde ich beobachtet werden ok das war vielleicht ein Riesen der unterwegs war vielleicht wandern die mit den Kühen vielleicht brauchen die Kühe dass sie auslaufen ok ist nicht mehr da aber hier war es glaube ich bei diesen Söhnen ok ok ist einfach nicht mehr da jo wo gehen wir denn hin wir haben hier also überall auch Felsen also Berge hm sollen wir schon ins Ödsch wird heißen Abelzahn Tee und ein Wolf ok haben wir ihn gerettet dass er erst natürlich viel sterbe der Mammut so so aber wir gehen weg weil der Mammut ist ganz gefährlich hä hallo nein Mammut nicht böse sein auf mich hey Mammut nicht böse sein nicht böse sein nicht böse sein nicht böse sein hilf mich hilf mich nein ich hänge fest hilf mich tschüss ich geh wieder wieso sind Mammute aggressiv aber na na die Flucht der Flüche geh weg ich hab nix gemacht ich hab dir nichts gemacht biete aber ich muss ihn töten na ich muss ihn töten sonst verfolgt er mich die ganze Zeit oder sperrt mich ein er bleibt hängen oh das tut mir leid tut mir leid aber ich brauche einen ich brauche ihn den Mammut Stoßzahn ich konnte ihn fast nicht aussprechen oder oder nur Mammut sagen aber Stoßzahn nicht oh je ok tut mir leid das Äppelzahntiger war ein bisschen too much für dich oder ich war too much für dich aber auf jeden fall durftest du nicht aggressiv sein zu mir wegen einem Magier aggressiv zu sein ist gefährlich so kaschik ja wo ist jetzt der Riese hm wo ist der Riese wo ist der Riese wo haben wir jetzt ah hier haben wir noch einen Wolf den haben wir genommen gelootet ok hier ist keiner Säbelzahntiger 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 2 wow du hast aber stark Mammut Säbelzahntiger Auge und Robambula und Robambula wo haben wir einen Riesen der Riese müsste auch noch zu sehen sein tot oder lebendig auf jeden fall ist er gerade hier nicht hier nicht drauf gehen ok einen Wolf sehe ich noch los gehen ok Verschwörung wird ein bisschen intelligenter oh gott hey feuer dran auch bitte weniger Rektor kann gefährlich sein so da oben haben wir auch noch einen Wolf aha hm Autist Wolfsfels sehr schön einen Schrein aber ja kann ich nichts lesen nehmen wir mal das mit auch wenn es Schrein von Zenita ok alle Krankheiten gehört Zenita Sägen hinzugefügt ja wir haben gar keine Krankheiten gehabt oder haben wir uns noch angesteckt hat auch Krankheiten hier klar hm ja also ist schon ein raues Plätzchen gerade auch wieder froh dass der Mammut uns nicht erreicht hat ja hm wir gehen jetzt noch ein bisschen hier rings um dann aus der Ferne noch ein paar Sachen ok hört noch ist einfach mega stark so wir haben hm hat alles erledigt nur einen einzigen der Bethler ok Volt 31 Bell Sachen ich weiss nicht weiss nicht ob ich so etwas dann irgendwann mal mitnehmen muss ob die Rüstungen haben glaube ich beides gleich Pelz und Rüstung also Pelz und Mage Rüstungen haben wir glaube ich auch gleich viel Wärme das ist gut so weil Mage jetzt nicht unbedingt immer Pelz tragen könnten wegen einem Magiker Problem ähm hier haben wir nochmals zwei von ja Mammut und Riese ähm die Kumpels die Nachbarn sozusagen ok ja hier haben wir noch eine Ruine nun mal Speichern weil das ist natürlich schon jetzt äh etwas was ja Rewarded ist also meditieren sorry das Richtige sagen Speichern gibt es natürlich bei mir nicht im Roomspeed hm hm ok aber nichts machte schon es wäre wieder das Kommen aber jetzt nicht so schnell wir haben uns vorwärts gemacht so ähm ja ein Beutel dann bietet sich das Buch kann man es gerade gar nicht anschauen so kann ich das Buch nicht anschauen hm hm das ist ein bisschen blöder das das Buch nicht aber ist silber rein von dem Zenitur also auch noch was ein ähnlichen kann das sein dass das Buch irgendwie aufnehmbar ist ist es optisch hm ich dachte man kann ja nicht alle Bücher lesen aber sie sind verschlossen aua ah macht weh hm ich sollte es nicht probieren ich bin noch nicht so gut im Hüpfen ja da haben wir den Mammut wieder ok wir gehen weg wir gehen jetzt nochmals zur Farm ich muss mal schauen ob man das gießen muss äh das Zeug das wir anpflanzen aber ich denke nicht das regnet ja auch jo klicken wir es sonst einfach nochmal an hier haben wir einen Belsen der aussieht wie eine Adler oder so ziemlich verbrannter Baum hm ein paar von unseren besser äh ja Blumen einfach hm ok sieht ziemlich wie ein Adler aus wo ja das Denkmal erreicht ok ja das Denkmal ok ja das Denkmal Bergblumen sind leider auch wieder ähm Almosen und so für die Götter aber gut ich kenne die Götter nicht ich bin noch nicht irgendwie religiös deshalb nehme ich es einfach mit ich hoffe es stört den Löten nicht wenn ich hier einfach Sachen mitnehme also ja Sachen für die Götter und ein Gedenken an die Toten oder so natürlich nicht so gut aber wir sind hier in einem rauen äh rauen Plätzchen da muss man halt alles mitnehmen überlebe ich nicht mehr lange ja ja gut ok da oben haben wir glaube ich eine Festung oder so hm der leite gar nicht so weit oben ist eine Festung auf dem Hals der Welt hm eine Festung ok das nimmt mir mal runter ah da ist noch jemand Händler oder so guten Tag ok Kriegerin oh ganz ne grobe ok eine Nordin die sollte nicht so mit mir reden warum was wollt ihr denn tun in Tränen ausbrechen nein einen Autor nach hm lasst das sofort das werdet ihr bereuen ok äh aber komm schon hilft mir doch eine neue Stufe eine neue Stufe oh Gott hilft mir jetzt jetzt überlebe ich es nicht die ist nicht daneben Gott es ist immer mega knapp uff die ist schnell ey die hat schnell zugeschlagen konnte gar nicht kanalisieren für den für die Beschwörn für die Beschwörung ja Saubertank der geringen Ausdauer ok oh eine gute Rüstung könnte man die jetzt verkaufen ich habe jetzt einfach vielleicht nicht ganz oh die ist aber auch ziemlich wertvoll hm nehme ich doch das Eisenschädel nicht und der Rest lasse ich bei ihr beim Haus hat sie eine Eisenkriegssox dabei uiuiuiui dankeschön ich habe nächstes mal besser treffen ein Kurier Wichtige Lieferungen zu erledigen keine Zeit für Geplauder sorry ähm na gut dann wer auch immer das getan hat ich werde ihn finden ne wirst du nicht sie hat sich selber umgebraucht weißt du ey hm war vielleicht auch nicht gerade so gut für mich also unständig von mir aber ich musste einfach mal wirklich sie hat ja angegriffen dann ich hab nur das gesagt was ich von ihr halte also sie ist halt wirklich nicht gerade nett zu mir gewesen ja das ist ein raues Pflaster hier also das ist ja sie überleben nur die Leute die wirklich auch nett sind und mal die Klappe halten genau ja ja so jetzt haben wir dort hinten noch einen Hirsch mit unserem Hof hm haben wir den geerbt weil ja können wir eigentlich noch ein bisschen aufbauen hm aber irgendwie haben wir halt nicht viel zu tun Blasenpets genau den müssen wir noch anpflanzen das ist sehr wichtig das machen wir hier noch und wir haben noch ein Buch zum lesen so haben wir ihn angepflanzt jetzt haben wir ein Buch zum lesen Bücher ähm ja schmiedenschwerer Rüstung ok wenn zwei Hände ja mit wem Rüstung Horkisch Rüstung Orichard Reich Halkos ui hm jetzt noch Stahlplatten Rüstungen Ebenherz Dädra Rüstungen oh hätte ich am liebsten auch herstellen können ein Dädra Herz ok das haben wir leider nicht hm wo ist denn unser Buch ok ich muss kurz raus aus dem Menü es geht hin und zwar ist weg äh ah wir haben ein Diadem der geringen Magica seit wann ok das bringt uns vielleicht ja noch ein bisschen mehr die Magica Kapuze zu 30 und hier haben wir 20 also das ist nicht so gut Rüstung haben wir ja auch nicht seit wann haben wir das Diadem der geringen Magica das habe ich irgendwann mal gefunden vielleicht bei den Necromanzen hm hm ok Rützen Kapuze haben wir auch zweimal können wir auch irgendwo hinlegen ich weiß jetzt nicht ob ich die ob dieses Haus geschützt ist also ob die Sachen da drinnen auch bleiben wenn man sie lagert aber scheinbar ist das mit den schweren Rüstungen nein der Bettler war es hier ok Taschendiebstahl best auf 16 hm wird es sehr schwer zu lesen also wir sammeln auf jeden Fall jedes Buch irgendwann mal und dann lesen wir vielleicht mal alles durch oder es in einem Livestream das hat schon sehr hart zum lesen also hm hm jemand darf dann dabei sein der das lesen kann ich kann es auf jeden Fall nicht gut lesen ich muss da auch dran gewöhnen was zum Beispiel ein Haar bei Herkunft zum Beispiel ist oder bei Himmelsrand ja das muss ich zuerst auch ein bisschen wissen weil ich habe Sky im jetzt auch nicht gerade jedes Mal also schon längere Zeit eigentlich nicht mehr gespielt und nicht jedes Mal richtig durchgespielt ja es ist einfach nicht gerade so mein Spiel vor allem im Endgame kann es doch manchmal ein paar nervige Dinge haben oder man hat dann einfach Lust da etwas anderes zu spielen und dann vergisst man wieder weiter zu spielen oder so ähm ich werde es als Let's Play natürlich wirklich komplett spielen besuchen es kann sein dass ich dann so mit Motten beschäftigt bin und vielleicht auch nicht so viel Erfolg habe dass es sich lohnt aber denke schon ja bis jetzt ist es noch nicht so gut angekommen hat es schon viel zu viele Let's Play von Sky kann ein kleiner Youtube natürlich noch nicht so ähm viel Einfluss gewinnen aber ich bedanke mich für alle die die zuschauen jetzt gerade so zuschauen ich werde mal kurz ein Kommentar mit irgendwas zum Beispiel oi so etwas was man was ich jetzt fast nie höre hier in der Schweiz und dann weiß ich hört noch zu nach 43 Minuten so wir müssen unbedingt mehr Magiker haben wir müssen anderswertig defensiv werden ja es war knapp gegen diesen äh Nord die Nordin und ja ich möchte schon mehr in Beschwörung machen setzen gut wir haben ja genug Level wir könnten ja zum Beispiel hier Lehrling ich glaube ab und nachher ist Lehrling wenn wir das nehmen so jetzt haben wir ja alle Fähigkeiten Punkte also du für 5 wir haben alle glaube ich investiert ähm ja ok gut so Pryon 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 nein Pryon ist von ihnen extrem üblich ein wunderschönes Lied ähm so was haben wir als nächstes wieder nach Weislauf zu gehen die Quest und Sock muss man ja nicht abgeben wir haben einfach dann die Information bekommen dass wir hier hin müssen ich finde das cool dass wir jetzt im Rollenspiel auch noch ja genau ähm weiss jetzt ob wir jetzt irgendwo hier hin müssen aber das soll nicht uns ständig verirren weil wir irgendwas nicht weit wissen im Rollenspiel ja das Spiel supportet uns ein bisschen das Rollenspiel das ist nett ja also eben ähm ich habe ja nachgeschaut ob die ähm Dinge irgendwie verhinderbar sind und ja ich kann nur es ersetzen und man sieht ja hier haben wir zum Beispiel nichts sonst ich will doch nochmal komm schon regeln so gut dann ja müssen wir halt ein paar Tage oder so warten dann ja wahrscheinlich es ist nicht unbedingt so schwer sein auch hier wieder zurück zu kommen ähm eben ich kann halt nicht schnell reißen weil ich eigentlich im Server Mode ja noch sein möchte ich habe mir das einfach so in den Kopf gesetzt dass wir nicht schnell reißen werden wir werden einfach ein bisschen die Gegner erkunden und dann wieder zurückkehren schauen ob etwas gut geht und wenn nicht dann ich bin ja heute weiter ok ok schön dass die hier gespawnt sind ich glaube ich habe alle alle drei genommen ok ähm und ich kann wirklich dann auch mal schauen dass ich das nicht ihnen zeigen muss oder in einem live stream dann mache dass ich hier zurückkehre und alles mal anpflanze neu bestelle damit ihr im Let's Play jetzt nicht unbedingt Langeweile haben müsst gut dann gehen wir glaube ich schon weg ähm ich bin eben nicht sicher ob jetzt das uns gehört ich denke mal es gehört uns sonst werden wir einfach nochmals ähm Sachen irgendwo holen also wir werden jetzt mal Sachen hier hin tun die einfach schwer sind also außer die Rüstungen zum Beispiel einfach mal hier lagern ähm ok zum Beispiel ein Beispiel Beistelltisch Beistelltisch und zwar können wir mal hier die feinen Eichendäuche ich lasse die mal im Moment da ich glaube das Heldmutz ähm der ist einfach wertvoll ja also Stahldäuche brauchen wir noch nicht Bekleidung brauchen wir mal noch nicht wiegt aber Sachen dann ähm wie ich mal Kräften Magier Kapuze möchte ich mal verzaubern vielleicht Novizen Kapuze brauchen wir nicht mehr eine davon und die Novizen Robe die können wir auch hier hin tun ja ging das nieder brauchen wir auch nicht brauchen wir auch nicht brauchen wir auch nicht gerade mitzunehmen ähm dann haben wir hier ähm hier haben wir 50% schneller und hier haben wir 75% schneller die lasse ich noch im Moment die kostet die kostet äh die ist nur ein Gewicht ein Kilogramm schwer und ähm dann ist das Ringe nicht äh lassen wir mal drin legen wir mal ab legen wir mal ab legen wir mal ab legen wir mal ab und jetzt vielleicht Bücher noch aber Bücher möchte ich irgendwo anders hin ja Mammutstoß zwar müssen wir abgeben also wir müssen doch nach Winter äh nach Eislauf zurück nicht nach Winterfeste hmm Holzpelze nehme ich auch alle noch mit ja und jetzt haben wir hier irgendwo noch etwas zum Lagern ok jetzt ach das wäre ein Altar eine Holztür da geht es runter ok ja äh in was Kohl Äpfel Hühner Äpfel Salz nehmen wir mit Salz nehmen wir mit aber alles Geben Hof Kohle Äpfel hm keine Ahnung Kohl Salz Ok Geben wir mal wieder wieder nach oben und schauen uns mal oben nochmals um ob hier irgendwie eine Kiste gibt. Tagebuch von Uthwal. Genau, das haben wir gelesen. Schreibfehler. Okay. Das wäre alles. Und in dieser Truhe machen wir mal die Bücher. Vor allem die... Bist du ein lieber Spiel? Also vor allem mal die Briefe und so. Nein. Hallo. Will ich später mal. Die, genau. Euren Bücher sind die B-Bücher. Okay. Okay. Die drissende Seite kann man ablegen. Nö. Ich glaube, diese Seite müssen wir dann wieder zurückbringen zu der der jenigen, dem, was es war. Schauen wir doch mal noch kurz. Also auf jeden Fall noch mal das Speichern. Und jetzt, ähm, okay. Tage vergangen, sieben Tage sind wir schon unterwegs. Drei Findlinge gefunden. Das waren die Starter Findlinge. Schauen wir dann auch mal irgendwann mal an. Findet das verborgene Labor. Oh, wow. Oh, wow. Keine Ahnung von, wo ich die Quest hatte. Und das war einfach keine, äh, Quest-Sonden. Und dann, äh, die brauchen wir. Ja, lassen wir das alles sonst noch. Und dann schauen wir mal draussen. Ja, also ich bin glücklich, dass das eingebaut wurde. Weil so ein Haus zu finden, wo man es direkt, ähm, den kann, äh, Sachen hinlegen, ja, ist schwer. Weil man hat ja nichts. Also im Flusswald, habe ich, glaube ich, mal gelesen, bleiben die Gegenstände. Sonst werden sie nach 30 Tagen resettet. Und das finde ich jetzt nicht so toll vom Spiel. Aber ist wahrscheinlich wegen den Konsolen, da die nicht viel Speicher haben und so, die viel RAM haben. Natürlich nötig gewesen. Ich finde, Rollenspiele sollten entweder für die Konsole erscheinen oder, also für eine Konsole oder für PC. Aber beides oder so ist meistens auch nicht so gut für die Entwickler, äh, umzusetzbar. Und das hat ja einfach Bethesda nicht gemacht auf dem PC. Ich finde das gar nicht mal so gut. Ich finde, es soll sich lohnen, eine Konsole auch zu kaufen. Weil auf dem PC kannst du das meiste sowieso spielen, weil es auch Emulatoren gibt. Und deshalb bleibe ich halt auf dem PC, weil ich einfach keinen Platz habe, irgendwelche Konsolen und Fernseher noch aufzustellen. Jo, so weiter. Wirklich schön, ey. Oh, die Sonne. Ja, wenn ihr irgendwelche Grafikpatches oder Mods wollt, dann dürft ihr das gerne sagen. Aber jetzt momentan gibt es halt noch nicht viel für die Anniversary Edition. Ein bisschen schade. Na ja, aber dafür gibt es viele Schmetterlinge, die man gut craften kann. Crafting Table haben wir halt hier im Haus, glaube ich nicht. Ich habe keinen gesehen. Gut, dann reisen wir im nächsten Part halt einfach zurück. Und wir gehen einfach unten durch. Ähm, genau hier unten irgendwie durch. Hier ist irgendwo ein Weg. Ich sehe ihn noch nicht auf der Map. Okay. So, hier müssen wir hin. All den Dämmerstern. Müssen hier hin. Müssen hier hin. Okay. Und natürlich für die Hardquest hier. Ja, wir gehen sobald wir eigentlich genug stark sind, dann die Hardquests machen. Das gilt ein. Das gilt ein. Was heißt jetzt? Hügelgrab. Weltsturzhügelgrab. Genau. Nicht Gädenhügelgrab. Das ist ein Weltsturz. Ja. Ja, das andere ist hier, oder? Irgendwo war Gäden. Ja, ich weiß nicht, irgendwas heißt damit. Ja, irgendwas. Ah, Gädengrünbärm. Genau. Ja, das habe ich ja vorher verlesen. Und das andere. Genau, ja, es war ja ein Questbuch. Genau. Und hier müssen wir auch wieder zurück. Bring den Gegenstand zu Seltius Turianius. Okay. Hm. Ja. Haben aber schon viel erkundet. Natürlich sind überall Symbole. Aber schön. A gebrucht mit J. Genau, das ist einfach die Quest. Jo, schön. Dann machen wir dann im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.